Welcher Tag ist heute? Der 25. September. Welches Jahr? 2080. Willkommen zurück, Kira. Die Zukunft Ich will nach Hause. hat ein Ende. Die Soldaten erschaffen eine bessere Zukunft. Das könnte eine Fusionswaffe sein. Es kann nur für Zeitreisen gedacht sein. Alles andere gibt keinen Sinn. Die finale Staffel Du bist ich. Wir müssen uns jetzt nicht vertrauen. Es gibt kein Zurück mehr. Continuum Staffel 4 Donnerstag ab 20.15 Uhr auf Sci-Fi. Wir müssen uns jetzt nicht vertrauen.